Habe ich jetzt deine Pflanze kaputt gemacht? Auf geht's, wir gehen in die Zone, Jungs! Soll ich doch viel Kopfgeld jagen! Digger, guck mal, wo die Zone ist! Jaaa, tue mal, die macht jetzt auch nicht so viel, Mensch! Also, ich geh zur Tankstelle! Ey, Digga, lass mal Tanki gehen! Soll dich hier negativ gehen, Digger, dann geh ich aber auch fett noch zur Tanke! Ich fahr' dich, komm, dann! Puff! Puff! Ja, aber... Wie auch immer man sich schimpfen will! Gimms, wo seid ihr, Alter? Ich baue nen Blunt für dich! Puff! 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 Verbraun! Puff! Uh oh! Dane cellen! Und und Fuld! Merkst du denn? er jagt schweinchen ich erst so stimmt es ist wichtig in der hand der hand ist aber eigentlich ein guter ja ja im bus aua aua wo jungs machte ich will ja nicht so der kommt noch ein so einst was war ich weiß nicht ich habe einfach ich habe jetzt auch nicht gedacht dass drei stück oder so aus dem busch raus gerannt kommt ja das ist auch keiner genau das heißt dass ich noch nicht nur so jüngst kannst du es gleich ist oder braucht denn es ist auch 10 welche keine ahnung mir egal wir wollen es doch nicht sagen wobei wir können uns das namen noch snacken ja auch dafür wir sind zu schiff und deshalb keine Chance dass sie direkt das sind meine mythische und dann hier haben wir auch noch mal her auch der auch der Torwart und auch auch wenn ich habe mit Jungs weil es so wie er diejenigen zu nutzen er ist gut wir sind hier platzend auf der platzend das unser kopf gilt sogar jünger sind sie da hinten sind sie Jürgen der Falle nicht los einer noch der andere war irgendwo da hinten mehr ich zieh's keine Feuerwehr von dem Blut auf mich jetzt macht auch was mal und macht er ist down nein nein da ist noch einer da hinten danke danke ich habe auch drei Sägeblatt dahin gegitet das hat rein gar nicht gepackt diese Sägeblatt werfe ist auch der größte oh shit boah ich hab echt bochtet ich hab ein Rift Jungs, wau mal, wau mal kurz, hier Lukas Lukas hier naja, ich hab drei BG's selber achso, ja dann ja, ich hab schon eine BG's schon was ist denn ey, ich hab ein Kampfsstum wer würde ich sehen ey Kampfsstumgewehr ist geil hat jemand eine Sniper? jetzt ist es zu spät ich hab ne DEMR hier hinten ich hab ne DEMR hier hinten ich hab ne DEMR aber ob jemand ne Sniper hat weil ich weiß, was ja, hier muss ne Zone kommen kein Bock die gleiche Möme ja, hier muss ne Zone kommen ja, hier muss ne Zone kommen ja, hier muss ne Zone kommen, ne ich hab ne Zone kommen, ne ja, hier muss ne Zone kommen da können wir nämlich DEMR noch aus der Zone kommen äh, fette Auto da ist ein 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 Auto hier wird gerebootet Jungs, ich will nicht mal, hat jemand noch Schild oder so für mich? wir shoppen noch die für dich, ne? oh, direkt links shop oh, direkt links shop top sache ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas mit Achtung, der Stein rollt, Achtung die Gegner bei uns, direkt vor uns hier Ding irgendwo hat der Kreislose, den Rappling-Ding da ja, ja muss ich versteck mich mal hier ein bisschen direkt vor mir halt sich einer ja Tim, du bist schon wieder ganz woanders komm mal runter wo? ah, da komm einfach hoch auf den Berg ne, hier streitest du ihn ein ja, ist aber weg der war's nicht ne, ich bin da der Jungs dann auch hier hoch ja ja, komm sich einen irgendwie noch mit Mettnebel anspritzen nö schöns nicken ey, mich dürftest du es tun ja, mich darfst du es anspritzen ja, reicht schon spürt die eigentlich hier die ganze Zeit, oder? nein, da unten sind Gegner komm komm da da werden gerade zwei die Jungs 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 das war frech die Jungs die Jungs irgendwo da sind welche noch reingerannt kann nur einer sein ja, ja ne, der hat noch einen auf den Schultern getragen da liegt ne Krohn da hinten rennen sie, da hinten rennen sie glaube ich ja da steht einer wieder noch ne, da ist da noch einer der Arme, der wurde da holt die Jungs wieder noch irgendwo ist aber noch einer ja 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 ja, der holt die seine Karten ... shitbreak Oh, 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 oh ... wohin geht Ihr auch Jungs? Da ist immer noch einer Da steht einer ja, hier hat sichوت noch einer Pipi ja, hier hat sich gerade einer gehielt, Jungs da ist nur auf den Berg da oben persons jungs bisschen zurück und mach mal ab dem da ist noch einer der hat die karte von seinen mails geholt der wird er wie gut ich komme nicht weg der typ hat auch seine mails gerebootet junge wir haben nichts aber er sich da unten drin alle da unten bei dir wenn ihr bei dir bei dir ja merkel für die jungs ich bräuchte das hier ich bräuchte auf einlaufen auch fakt ist ist ein bot alter des kannst du es nicht sagen direkt unter uns halt einer wie innen wir haben sie jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie jetzt haben wir sie ausgelöscht hier hießen mit kiss hier sind ich habe einzig aber ich habe so viel geschossen ich habe auch alles an moni so rausgeknallt ich habe überall jetzt ein rift kannst du damit obwohl ich nicht selber mit er hat der hat die da habe ich aus der angegriffen lassen es werden spiel hat mich angegriffen lassen sie auf den schiff die berg dann hoch gehen und er hat doch noch einiges an der ich einige das ist das ist ja herrmann die hochgehen lassen sie hochgehen jetzt hier ist ein team oh ja wir gehen rein wir gehen rein nach schiff die jungs einer stelle einer weit wieso bin ich im auto hallo nein ich wollte nur meine waffe nachladen habe einen noch in einer noch noch ein noch junge ich habe sie sofort genommen jungs das wird eine barba runde ich habe sie im urin holy shit habe ich die gefickt nicht auf geht in die zone ich habe 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 jungs nicht ich möchte ich jetzt nicht so vorteil hat hat sie noch immer schön was ich mir rein pfeifen kann vor allem und ich habe den minis dann 70 und ich muss erst mal den loodrop geöffnet steigt wieder auf und kurz weiter ich glaube ich bin ich mit harmonie voll ich habe aber auch so wieder im haus ich habe sie ich bin im haus drin hier in dem haus kann sie möchte er hat ein sägeblatt werfen ja und jetzt der drogen ist gerade hoch gegangen ich lasse den stein rollen ich habe ein gedammt auf 9 gehen hier zu den berg wir gehen dahin bis dahinten sie welche da hinten sind welche ist natürlich auch so dass der weg ziger hitz finkt wenn ich das glaube ich dass nicht erst noch drin der ist noch drin der jungs ist nicht doch die einer fünfundreifiger hilfe sind auch im berghof ich habe leider keine krone die wurden rüber alles in den furchten der wurs einer 50er hit alles ist einfach dieses komische stummengewehr da es ist gut wenn du so viel muni hast ganz einfach sparen und wo ist der typ vom haus ich bin irgendwie der ob da hinten irgendwo bursche ich glaube der snack mich jetzt gleich weg ja wir müssen hier hoch hier haben wir den bauwahl und das ist jetzt nur noch das team oder oder ist der allein das team gar nicht wussten weiß nicht ich schießt noch büscher ab längst da links da sind die wohnung ich sehe nichts ich sehe nicht hier bei mir hier ja wir sind gerade im entgegen aber sieht gut aus ich habe einen doch einer so ist macht dann sich ich lauf doch ich lauf doch schon so schnell ich kann hier 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 hochgeholt aber ein raum das zu machen noch einer noch einer noch Jungs, bist du wie viel Kills? Ich habe noch ein Drittel der Lobby weggemacht. 4 Kills, 15 Assists. Schaden an Spielern 2000. Ich habe 6 Tausend Schaden an Spieler gemacht. Wer klippst? Janik, schläfst du? Ja, ich kann es machen. Mach du auch.